Willkommen zum heutigen Video. Im heutigen Video habe ich was extrem, extrem Spannendes für euch vorbereitet. Und zwar haben wir heute die Möglichkeit, einer der Ersten zu sein bei einem neu aufkommenden AI-Projekt. Wie ihr wahrscheinlich wisst, auf meinem YouTube-Kanal stelle ich hauptsächlich neu aufkommende AI-Projekte vor, also die schon gelauncht sind, die aber meiner Meinung nach unterbewertet sind. Jetzt im heutigen Video haben wir aber eine völlig neue Möglichkeit, an einem neu aufkommenden AI-Projekt mit partizipieren zu können. Und zwar geht es heute um Node-Sales, also man kann sich hier quasi schon im Vorhinein, bevor das eigentliche AI-Projekt gelauncht ist, schon quasi voreinkaufen durch diesen Node-Sales. Das Ganze habe ich persönlich auch schon gemacht. Also an der Stelle soll auch gesagt sein, im heutigen Video, ich bin schon investiert. Das Ganze möchte ich aus Transparenzgründen mit euch kommunizieren, weil sonst kommt später wieder irgendein Kommentar auf, dass ich irgendwie das Ganze besonders gut rede, dass ihr da auch mit rein investiert oder sonst was. Ich versuche hier wirklich so neutral und rational wie möglich, das Ganze einfach zu beleuchten und einfach aufzuklären, was es mit diesem Node-Sales auf sich hat, was es allgemein mit diesem AI-Projekt auf sich hat. Weil hier haben wir wirklich die Möglichkeit, einer der Ersten zu sein, bevor dieses AI-Projekt überhaupt gelauncht ist. Oftmals ist es ja so, dass neu aufkommende AI-Projekte auch schon am Abgehen sind und deswegen ist es auch völlig legitim natürlich, rein zu investieren, wenn das Projekt schon gelauncht ist. Aber hier haben wir jetzt wirklich die Möglichkeit, in dieses Projekt zu investieren, bevor das Ganze gelauncht wird. Und das ist meiner Meinung nach ein gewaltiger Marktvorteil, den man hat im Vergleich zu anderen Investoren. Und ich habe das Ganze tatsächlich per Zufall entdeckt auf Twitter, auf X. Und zwar hier am 22. Juni habe ich den Post gesehen, dass dieser Sale-Vorverkauf quasi von den Nodes stattfindet. Und somit sind wir hier einer der Ersten, die hier teilnehmen können. Deswegen habe ich auch hier direkt ein Investment getätigt. Man sieht es auch hier, bevor wir jetzt gleich zum Inhalt kommen, möchte ich das nochmal kurz aufzeigen. Und zwar, wenn man einer der Ersten ist, bekommt man auch hier nochmal einen extrem guten Preis. Also später werden die Nodes zum Teil auch für das Fünffahrer verkauft. Ja, zum Teil. Also später, wenn quasi die ganzen Tears fortgeschritten sind. Aber wie gesagt, ich werde euch im heutigen Video alles Step-by-Step erklären. Auch für diejenigen unter euch, die vielleicht noch überhaupt nicht wissen, was sind überhaupt Nodes, wie kann man hier mit diesen Nodes quasi mitpartizipieren. An diesem neu aufkommenden Projekt werde ich alles Step-by-Step erklären. Deswegen lasst gerne schon mal einen Like und ein Abo da. Ich werde sowas in Zukunft gegebenenfalls öfter machen, weil ich hier tatsächlich extrem viel Potenzial erkenne. Vor allem zur jetzigen Marktphase. Wenn man sich jetzt wirklich mit den richtigen Projekten beschäftigt, kann das Ganze extrem, extrem reinschepern im kommenden Bullrun, wenn natürlich hier Token-Ausschüttungen stattfinden. Ich habe hier auch schon, wie ihr seht, einige Token gefarmt. Keine Ahnung, wie viel das Ganze später wert sein wird. Aber hier seht ihr auf jeden Fall schon mal, dass hier drei Nodes von meiner Seite aus am Laufen sind. Jetzt kommen wir aber als allererstes mal zu dem Schritt 1, bevor wir überhaupt über dieses Projekt gleich sprechen. Und zwar werde ich euch kurz erklären, was sind überhaupt Nodes, dass ihr überhaupt mal versteht. Ja, um was geht es hier im heutigen Video? Wenn ihr das Ganze natürlich schon kennt, könnt ihr diesen Part auch gerne skippen. Ja, nicht, dass ich euch hier langweile, aber ich möchte wirklich jeden kurz von Punkt Null abholen. Und zwar, was ist eine Node? In der Blockchain- und Kryptowelt ist eine Node ein Knotenpunkt im Netzwerk, der eine Kopie der gesamten Blockchain enthält. Das ist wichtig zu verstehen. Also wirklich, die ganze Blockchain ist quasi hinterlegt in einer Node. und eine Node ist beteiligt an der Validierung und der Vorbereitung von Transaktionen und Blöcken. Und auch nochmal hier beschrieben, Nodes sind essentiell für die Dezentralisierung und Sicherheit des Netzwerks. Ihr seht auch hier, es gibt dann wiederum verschiedene Nodes mit unterschiedlichen Rollen. Ich möchte hier an der Stelle aber auch überhaupt nicht zu tief gehen und sonst auch gerne einen Screenshot machen, euch das in Ruhe anschauen. Ja, was ich jetzt hier auf jeden Fall aufzeigen möchte, was ist jetzt quasi eine Node-Sale, dementsprechend jetzt hier im heutigen Video von einem AI-Projekt. Man hat hier einfach die Möglichkeit, indem man eine Node kauft, dass man mit partizipiert von diesem Krypto-Projekt. Man hat quasi einen kleinen Anteil. Dementsprechend ganz einfach ausgedrückt, so sieht das Ganze dann später aus im Dashboard. Ihr kauft euch quasi eine Node. Das Ganze ist dann hinterlegt. Hier in eurem Dashboard über eure Wallet läuft das Ganze. Man sieht auch hier, das Ganze wird einem angezeigt. Drei Lizenzen in einer Wallet. Ich werde euch gleich auch zeigen, wie man das Ganze theoretisch kaufen kann. Und hier werden jetzt quasi passiv diese Coins generiert. Und diese Coins sind wie gesagt noch nicht veröffentlicht. Das Ganze wird höchstwahrscheinlich stattfinden im Laufe der kommenden Monate. Ich persönlich habe auch noch kein festes Datum, wann das Ganze stattfinden wird. Also quasi der offizielle Launch, wenn man dann auch die Tokens verkaufen kann. Aber ich denke mal hier, in den nächsten zwei, drei Monaten wird das Ganze geschehen. Wenn natürlich auch der Markt wahrscheinlich wieder besser dasteht. Also so sieht das Ganze auf jeden Fall später aus. Man hat hier einfach die Möglichkeit, mitwirken zu können an dem Krypto-Projekt. Und wie gesagt, das dient einfach der Finanzierung oder auch Dezentralisierung von dem ganzen Projekt. Also so läuft das Ganze später ab. Ansonsten auch hier wieder gerne einen Screenshot machen. Jetzt kommen wir aber hier konkret auf dieses Krypto-Projekt zu sprechen. Ich werde euch später auch im Video zeigen, wie ihr so eine Node kaufen könnt. Deswegen bleibt da angehend unbedingt bis zum Ende dran. Jetzt starten wir aber als allererstes mal mit dem AI-Projekt. Was ist es überhaupt für ein Projekt, über welches wir heute sprechen werden? Also wo liegt die Chance überhaupt in dem Token? Natürlich muss hier ein gewisses Fundament gegeben sein. Also ein gewisser Use Case von dem Krypto-Projekt. Und natürlich auch allgemeinen Marktpotenzial. Das Ganze werde ich jetzt analysieren. Ich habe hier an der Stelle auch einen ausführlichen Deep Dive gemacht. Also an der Stelle könnt ihr euch auch sicher sein, dass ich einiges geprüft habe von dem Projekt. Ich werde jetzt hier ein bisschen auf die Kernpunkte zu sprechen kommen, um was es sich handelt bei dem Krypto-Projekt. Und zwar haben wir hier eine eigene Layer 1 für AI und Language Model Training. Also so läuft das Ganze dann später ab. Man sieht hier Distributed GPU Cloud Infrastruktur. Also geht quasi in die Richtung von Deepin, GPU, Cloud Mining. Ja, wie wir es auch kennen von anderen Projekten. Sei es von Render, Blender, Akash Network, Opsec, Destrial Network, wie sie alle heißen. Also geht quasi in die ähnliche Richtung. Hier haben wir aber quasi die Kombination noch zusätzlich mit einem dezentralen AI Netzwerk. Also das Ganze erinnert mich auch so ein bisschen an ZeroOne Labs, D-E-A-I, falls ihr einer von euch kennt. Also so ist das Ganze dann auch später aufgebaut. Man hat theoretisch die Möglichkeit, GPU-Rechenleistung zur Verfügung zu stellen. Dann partizipiert man mit an dem Netzwerk. Und später hat man dann verschiedene Lösungsansätze. Man sieht hier einmal Synon AI Layer. Ja, eigenes Language Model Training, AI Ökosystem. Also die ganze dezentrale Plattform. Wie das Ganze dann später für den Endnutzer aussieht, können wir uns auch kurz anschauen. Und zwar hier Ecosystem. Hier sieht man quasi alle Anwendungsfälle. Wir haben einmal einen Synon AI Chatbot, Duo Chatbot, AI Voice. Dann hat man hier noch einen Bildgenerator, Videoanalyst. Und dann haben wir hier noch eine eigene Integration mit Ethereum, Ethereum GPT. Und hier sogar einen Video Generator. Also wir haben quasi verschiedene AI Anwendungsfälle. Alles läuft dezentral über die Plattform. Ja, das Ganze wird auch nochmal ausführlich hier im White Paper erklärt. Wenn ich es hier einmal offen habe, was ist denn hier? Genau, einmal hier, was ist Synon AI? Und da sieht man quasi, wie das Ganze aufgebaut ist. Da wird auch nochmal aufgezeigt, welche Probleme Synon AI löst. Also quasi das ganze Zentralisierungsproblem, Skalierungsproblem, hohe Kosten, die man oftmals hat. Das Ganze wird auf jeden Fall gelöst. Was ich auch noch zeigen wollte anhand der Roadmap. Testnet wird bald gelauncht. Also auch noch in Q2. Man sieht es auch hier. Token Listing soll auch noch in Q2 stattfinden. Ich bin an der Stelle aber euch auch komplett ehrlich. Natürlich oftmals ist es bei Krypto-Projekten so, dass nicht ganz alles eingehalten wird in der Roadmap. Und oftmals verzögert sich auch so ein Token Listing. Und es kann theoretisch sein, dass das Ganze dann erst launcht, wenn wirklich der Markt auch wieder mehr hergibt. Wenn quasi wirklich der Bullrun auch startet. Weil ich habe es schon wirklich von vielen Krypto-Projekten mitbekommen. Die wollten launchen Q1, Q2. Und dann war einfach ein Art Sommerloch. Keine Liquidität vorhanden. Und dann hat auch wirklich kein Krypto-Projekt Bock, sein Token zu launchen. Und wenn natürlich nicht viel passiert, keine Liquidität vorhanden ist. Deswegen da muss man auf jeden Fall mal abwarten und einfach schauen, wann das Token Listing stattfindet. Ansonsten soviel auf jeden Fall mal dazu. Wer sich natürlich näher mit beschäftigen möchte, kann das Ganze hier machen im Whitepaper. Ich möchte wie gesagt auch nicht zu tief eingehen. Ich habe ansonsten hier auch alles geprüft. Hier seht ihr auch nochmal so ein bisschen meine Bewertung. Hat auf jeden Fall hier eine 7,9 bekommen insgesamt. 15 bis 100x Potenzial. Je nachdem natürlich auf welcher Market Cap das Ganze launcht. Ja, hier Risiko 6. Ansonsten hier nochmal eine Gesamtzusammenfassung. Das Einzige, was nicht so gut ist, ist, dass das Team leider nicht gedoxet ist. Das ist auf jeden Fall so der Hauptkritikpunkt. Ansonsten seht ihr es hier anhand von meinen Bewertungen. Alles passt, alles ist sehr gut. Marketing könnte noch ein Stück weit besser sein. Aber ansonsten, ja, Website sieht extrem gut aus. Whitepaper, der Anwendungsfall ist top. Ansonsten auch hier Use Case und Funktionen von den Token ist sehr gut. Verteilung der Token ist auch sehr gut. Man kann es auch hier nochmal anschauen. Hier in den Tokenomics können wir einmal reinschauen. Und zwar sehen wir hier die schöne Übersicht. Gefällt mir auch extrem gut, weil relativ viel auch übrig behalten wird fürs Mining. Insgesamt 14%. Und ansonsten auch hier die Gesamtaufteilung ist auf jeden Fall sehr transparent aufgezeigt, wie dann später die Inflation aussehen wird. Also sieht man es hier. Könnte natürlich ein bisschen besser sein. Aber ich denke hier spätestens nach den ersten sechs Monaten ist es halbwegs in Ordnung. Muss man aber definitiv im Hinterkopf behalten. Aber genau aus dem Grund mache ich ja auch jetzt das Video. Weil wie gesagt, der No-Sale ist absolut frisch. Und deswegen müssen wir uns da nicht sonderlich viele Sorgen machen. Vor allem für diejenigen unter euch, die dann später, wenn der Token launcht, natürlich direkt einen Abverkauf macht. Kann man natürlich auch machen. Vielleicht nimmt man direkt seinen 5-10x mit. Ja, bevor der Token natürlich gelauncht ist. Deswegen muss man ja nicht unbedingt den Token erhalten über den Bullern hinweg. Ist ja am Ende des Tages keiner dazu gezwungen. Deswegen ist es theoretisch auch zweitrangig, wie die Tokenomics hier in dem Fall aussehen. Aber wollte ich trotzdem mal aufgezeigt haben. Ansonsten kommen wir jetzt auf den Node-Sale zu sprechen. Und zwar hier nochmal einmal zur Übersicht. Und zwar sieht man hier Node-Price. Also quasi der einzelne Preis pro Node. In dem Fall befinden wir uns zum aktuellen Zeitpunkt tatsächlich in Tier 1. Weil ich einfach hier das Glück hatte, das Ganze so früh entdeckt zu haben. Und deswegen habe ich persönlich in dem Fall auch schon zugeschlagen. Wie ihr wisst, 3 Nodes habe ich mir gekauft. Ansonsten seht ihr hier, wie das Ganze seinen Verlauf quasi vornehmen wird. Wir sehen hier später bei Tier insgesamt 40. Da haben wir dann später einen Node-Price von 970 US-Dollar. Also schon wirklich ordentlich, das 5-Fache ungefähr. Da sieht man einfach mal wieder, wie wichtig es ist, als Investor so früh wie möglich dabei zu sein. An der Stelle könnt ihr natürlich auch gerne ein Abo dalassen. Dass ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Weil ich werde jetzt auch in Zukunft gegebenenfalls nochmal so Node-Videos machen. Also wo ich so Node-Sales präsentiere. Und wo wir als Community einer der Ersten sein können, die von so einem Node-Sale profitieren. Deswegen hier, dass ihr an der Stelle Bescheid wisst. Wir befinden uns aktuell bei Tier 1. Ja, wir können uns das Ganze jetzt einfach mal anschauen. Wie das Ganze theoretisch ablaufen würde. Hier kommt ihr dann später auf die Website. Also Synon AI License. Wo ihr das Ganze kaufen könnt. Ich habe das Ganze auch nochmal verlinkt in meiner Videobeschreibung. An der Stelle soll auch wirklich gesagt sein. Das ist ein Referral-Link in meiner Videobeschreibung. Also quasi ein Affiliate-Link. Ich profitiere hier von euch. Ja, wenn ihr quasi eine Node kauft über den Link. Deswegen soll an der Stelle auch gesagt sein. Klar kann man jetzt hier mir vorwerfen, dass ich das Projekt so gut wie möglich reden möchte. Ja, aber an der Stelle soll wirklich jeder seine eigene Kaufentscheidung treffen. Ich will hier wirklich nur so rational und neutral wie möglich das Ganze für euch aufschlüsseln. Wer aber hier das ähnliche Potenzial erkennt, wie ich persönlich. Ja, ich habe mir auch drei Stücke gekauft. Einfach mal zum Ausprobieren sind 600 Dollar jetzt in meinem Fall gewesen. Und deswegen wollte ich das Ganze einfach nochmal erwähnt haben. Dass ihr wirklich Bescheid wisst. Ich profitiere hier mit. Man sieht hier 10% bekommt man durch die Einladungen. Also wer mich unterstützen möchte, gerne den Link in meiner Videobeschreibung verwenden. Ist sowieso auch gut, dass ihr auf die richtigen Links klickt und nicht auf irgendwelche Fake-Links. Deswegen nutzt wirklich den am besten in meiner Videobeschreibung. Jetzt zählt man hier am Netzwerk, was man quasi auswählen kann. Man kann jetzt über verschiedene Chains so eine Node kaufen. Ich persönlich habe das Ganze gemacht über Ethereum. Ist am einfachsten. Man sieht auch hier, man kann zahlen weder per USCT oder Ethereum. Ja, ich habe das Ganze per USCT gemacht. So, wenn ihr dann über meinen Link draufgekommen seid. Ich habe jetzt extra einen neuen Browser verwendet, weil ich natürlich schon connected war mit meiner Wallet. Ich möchte es hier an der Stelle wirklich für jeden von euch nochmal aufzeigen. Ja, ihr seht sogar hier 190. Ihr spart euch sogar nochmal 10 US-Dollar mit meinem Link. Wahrscheinlich habt ihr da 10% Rabatt. Wusste ich jetzt tatsächlich selber nicht mal. Aber so sieht das Ganze dann später aus. Je nachdem natürlich, wie viel ihr kauft. Habt ihr hier unten den Preis. Und dann klickt ihr einfach auf Connect Wallet. Dann wird wahrscheinlich eure MetaMask Wallet oder Revy Wallet, je nachdem mit welcher Wallet ihr es verbunden habt, wird dann aufpoppen. Und dann werdet ihr das Ganze auf jeden Fall auch sehen. Ich mache das Ganze jetzt hier in dem Fall mal kleiner. Wie gesagt, hier bin ich jetzt in meinem alten Browser. Wenn dann alles funktioniert hat. Und wie gesagt, das Approval kommt immer oben rechts. Dann klickt ihr auf Genehmigen. Und dann habt ihr quasi einmal hier die ganze Transaktion signiert. Und wenn ihr das Ganze dann erledigt habt, dann klickt ihr oben einmal auf Node. Und dann auf Dashboard. Und dann habt ihr dann quasi eure Übersicht. Meine drei Nodes laufen jetzt auch schon seit 2-3 Tagen. Und deswegen sieht man hier 188 Synon AI Token. Wie gesagt, Listing weiß ich noch nicht. Ich könnte mir vorstellen, irgendwann September, Oktober ist so meine persönliche Prognose. Bis dahin kann man auf jeden Fall hier passiv diese Token auch farmen. Wenn dann der Launch stattfindet, hat man das Ganze natürlich in seiner Wallet. Kann man dann auch verkaufen. An der Stelle soll auch nochmal gesagt sein, als wichtige Info, vor allem für die Neulinge unter euch. So eine Node kann man nicht verkaufen. Also es ist wirklich wichtig erwähnt zu haben. Wenn ihr so eine Node kauft, ist es nicht wie irgendein Kryptocoin, den man dann wieder abstoßen kann. So eine Node ist wirklich einmal gekauft in eurer Wallet. Und dann könnt ihr das Ganze auch nicht mehr verkaufen. Deswegen, das wollte ich auf jeden Fall nochmal erwähnt haben. Nicht, dass das Ganze zu Missverständnissen führt. Ich persönlich sehe auf jeden Fall Potenzial. Ich habe wie gesagt hier einfach das Ganze mal ausprobiert mit drei Stück. Ich werde euch dahingehend natürlich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Lass dahingehend schon mal unbedingt ein Abo da. Weil ich natürlich in Zukunft öfter euch Updates geben werde. Beziehungsweise natürlich auch neu aufkommende Node-Sales vorstellen werde. Weil ich persönlich da extrem viel Potenzial drin sehe. Und deswegen, ja, war das mal hier so die Vorstellung. Ich hoffe natürlich an der Stelle hat euch das Ganze gefallen. Könnt natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Beziehungsweise ich bitte euch sogar drum, gebt gerne ein konstruktives Feedback ab. Seht ihr hier ähnlich viel Potenzial wie ich persönlich. Ja, weil ich persönlich sehe hier auf jeden Fall ordentlich Potenzial. Vor allem wenn das Ding erstmal launcht. Natürlich hat man hier ein ordentliches Restrisiko. Man muss auf jeden Fall aufpassen. Weil es natürlich ein Kryptoprojekt ist, was noch komplett am Anfang steht. Also nicht mal irgendein Projekt, was schon gelauncht ist. Sondern hier haben wir es wirklich mit einem Projekt zu tun, was noch nicht mal am öffentlichen Markt ist. Aber meiner Meinung nach passt hier zum Großteil wirklich alles. Ich habe es auf einige Parameter geprüft. Klar, das Team ist nicht öffentlich. Ist auf jeden Fall definitiv eine kleine Red Flag. Aber muss jeder für sich selber entscheiden. So ist es auf jeden Fall meiner Meinung. An der Stelle gerne ein Like und ein Abo da lassen. Lasst unbedingt einen Kommentar da. Auch gerne in die kostenlose Telegram-Gruppe joinen. Falls ihr hier auch nähere Infos haben möchtet. Da tauschen wir uns auch immer regelmäßig über neue aufkommende Projekte auf. Aber ansonsten würde ich sagen, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Und dann sehen wir uns im nächsten Video auch schon wieder.